Fabian Habel hier für GNP1 TV in der Elite MMA Championship in Düsseldorf. Da neben mir ist Damir Belgeo, der gerade gewonnen hat und gewonnen hat in der zweiten Runde via BodyShot. Damir, kannst du uns erzählen, wie du deinen Kampf sahst? Das ist das, was ich erwartet. Ich trainiere. Das ist mein Recovery-Match, weil ich ein Jahr aus dem Ring war. Ich hatte ein Fahrrad accident. Wir gehen mit einem leichteren Gegnern. Ich respektiere meinen Gegner, aber ich denke, dass ich so ein kleiner Klasse als er. Ich war sehr patient. In der ersten Runde, ich habe ihn mit meiner righte Hand in der Kinn. Er war unten. In der zweiten Runde, das war BodyShot und Lever. Ich habe sehr BodyShots. Ich dachte, dass er aufstehen würde. Aber wenn ich ihn auf seinem Gesicht sehe, wusste ich, dass er nicht möglich ist, dass er mit den Kampf weitergehen wird. Great. Ja, du sagst, ein einfacher Kampf jetzt. Und was sind deine Pläne für den Zukunft? Ich bin auch für die Weltwirt. Ich bin für den WB-Bus und der IBF-Bus. Jetzt muss ich ein paar Beispiele machen. Ich habe ein paar Beispiele gemacht. Und nachdem ich zurückgekommen, mit einer guten Präparation. Ich werde hier in der UFD-Gym. Das ist ein großartiger Gym. wo ich meine Präparation für den nächsten Kampf mache. Und ich hoffe, in diesem Jahr, dass ich zwei große Kampf mit einer der besten. Ich hoffe, dass mein Ziel ist, um den Weltwirtel zu kämpfen. Ich hoffe, dass Gott mir diese Chance gibt. Ja, du sagst, einen Titelshot in einer großen Organisation. Hast du einen Gegner im Kopf? Oder hast du etwas schon gesagt? Oder hast du einfach vorbereitet, für jemanden kommt? Wir müssen mit Alexander Russi, der WBO World Champion in Amerika. Aber wegen meiner Fahrzeugung konnte ich nicht kämpfen. Ich fühle mich auf das. Ich hoffe, dass ich eine neue Chance bekomme. wenn ich bereit bin. Ich will wirklich bereit sein. Ich will wirklich bereit sein. Ich will wirklich bereit sein. Ich will den Publikum zeigen, wie die Krieger aus meinem Land, von Bosnien und Herzegowina. Und dass diese Leute sind wie die Krieger. Ist das Titelshot etwas, das du in der nächsten Zukunft willst? Oder willst du einen Build-Up-Fight oder einen Build-Up-Fight bevor? Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Ich bin ein Herausforderer. Wenn ich eine Chance bekomme, dann nehme ich es. Aber wenn ich keine Chance bekomme, dann muss ich noch mehr Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich freue mich auf die Zukunft. Wenn du jemanden hast, oder sagen, etwas, um das Interview zu Endeffekt, dann bist du gut. Ich möchte mich auf die Brieger Diakovich für die Gim. Ich möchte mich auf alle meine Sponsoren, die meine Leute von Bosnien und Herzegowina, die Leute von Kroatien, und für alle meine Fans. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.